Hanta Evi und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Vampirfamilie Fong und da haben wir schon unsere kleine, ja unsere große Vampirin, die Mama Saskia und hier die kleine Anka. Ich muss mal gerade schauen, wann sie eigentlich älter wird. Fünf Tage haben wir noch, aber das ist ja noch ein bisschen. Dann haben wir ja noch zwei Teenies, genau einmal die Luisa. Sie hat übrigens hier auch ein glückliches Kleinkind, das Merkmal bekommen und verführerisch, okay, wegen Wahl eines Liebesbestrebens. Ah ja, okay. Und dann hat unser Kevin, der ist ja böse und er hat jetzt rebellisch bekommen als Kindheitsphase, erwachsen zu werden und so weiter. Dieser Sim streitet öfter mit seinen Eltern, flucht und schiebt Hausaufgaben so lange wie möglich vorwärts. Wie lange hast du eigentlich noch? Fünf Tage. Bei ihm wollte ich eigentlich die Manieren noch ein bisschen erhöhen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Naja gut. So, Saskia. Was darfst du noch machen? Durststiller, Stiller, Stiller, Durststiller erwerben. Warte mal, wo, ach, wo bin ich denn jetzt? Hier? Wo habe ich denn? Da habe ich doch, Mensch. Kraftpunkte. Durststiller. Wo ist das denn drin? Da ist er. Da ist er. Was? Widerspricht mit unstillbarer Durst. Haben wir aber nicht. Ich denke mal, oder? Unstillbarer Durst. Das wäre das hier. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht nehmen dann. Okay. So, dann gucken wir nochmal nach dem Enrico. Der schläft gerade, weil wir waren ja irgendwie unterwegs und ja, der muss jetzt noch ein bisschen schlafen. Noch neun Tage brauchen wir noch für dieses eine und dann muss er noch Großmeister werden. Gut, das kriegen wir auch noch hin. Oh, Johnny ruft an. Ich habe Lust, ein bisschen zu falsch und begleitest du mich zum Flohmarkt? Äh, nö. Während des Tages ist es etwas schlecht, wenn wir rausgehen. So, dann haben wir noch den Fabio, der ja ständig mittlerweile gebissen wird von unserem Kevin, der ja dann auch immer irgendwie, ähm, naja, ausrastet, sag ich mal. Äh, ah, du musst immer noch die Schelmfähigkeit erweitern. Okay, warte, dann geh doch mal bitte, jetzt, das versuche ich wirklich jetzt mal mit ihm mal irgendwie hinzukriegen. Hier, in Foren provozieren. Wie viel haben wir denn eigentlich? Ah, ist nicht mehr allzu viel. 92% haben wir, das ist super. Und dann würde ich auch mal mit ihm hier irgendwie weitermachen wollen. Ich möchte mal einen Renaissance-SIM bekommen, Mensch. Da sind wir nämlich immer noch im Ersten, ne? Und dann ist es ja echt... Ja, wir müssen, glaube ich, auch immer mal wieder die Karriere hier ändern. Äh, ändern. Aber egal, wo bin ich denn eigentlich momentan? Ach, bereits bei Level 4. Naja, gut. Ich meine, ich brauche halt auch Geld in dem Haus. Oh! Sei doch mal so lieb und reparier das mal. Was ist mit unserer Luisa? Ich muss mal hier gucken, nicht, dass sie da irgendwas anstellt oder so. Ah, okay. Was können wir denn noch gebrauchen? Äh, Phantasie macht sie gerade. Ja, warum nicht? Dann mach das mal. Da möchte ich ja noch ein bisschen was machen. Guck mal, zwei... Das haben wir gleich, die Bewegung. Level 2. So, wer läuft oft an? Lily Fang. Fragt, ob ich zu ihr rüberkommen und abhängen möchte. Nee, Lily. Ich möchte nicht. Danke dir. Ich kann dich nicht beißen. Das nützt mir also nichts. Denn ich hätte auch ein bisschen du isst. So, dann mal Teile blündern. Und tatsächlich... Was war das denn nochmal, einer? Vampirresistenz. Oh! Den hättest du eigentlich trinken müssen. Oder? Das wäre Vampirresistent. So, dann warte mal. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das hört. Mein Mann ist unten, also eine Etage tiefer. Und er macht gerade Spaghetti Bolognese. Und, äh, ja. Da benutzt er gerade den... Oh, guck mal. Wir können mal wieder einen Sonnenwendcocktail machen. Mixer. Wollte ich noch sagen. So. Hab ich das weggeräumt? Nee. Warte mal. So, da rein. Hab ich? Ja. So, was guckst du? Pinnwand lesen. Okay. Wie weit bist du denn jetzt gekommen mit dem Schelm? Äh. 100 Prozent. Aber wir sind trotzdem nicht auf 4. Na gut. Warte mal. Dann probier ich doch mal was anderes aus heute. Nicht anzünden. Wobei können wir auch mal machen. Äh. Bleibt mal hier. Oh, Mann. Unfug. Oh, bestehlen. Absurdes Gerücht. Warum nicht, dass wir das mal anzünden hier. Und dann kannst du mal... Ach, nee. Das ist nicht die Spülmaschine. Kein Geschirr zum Spülen. Okay. Aha. Ups. Jetzt hat er es endlich. Wo hab ich denn das jetzt hingemacht? Ich weiß es nicht. Wo ist der Hamburger Kuchen hin? Super. Okay. Das haben wir. Und dann kannst du nochmal ein Buch lesen. Und das zu Ende lesen. Ich weiß nicht, was wir gerade so haben. Lesen. Pudding im Orbit. Nimm das mal. So. Ich guck nochmal nach zu unserer Luisa hoch. Wo ist die? Hallo? Hier hinten sitzt sie neben ihrer Schwester. Wie süß. So, warte mal. Ich muss mal ein bisschen gucken. Wo muss ich denn gucken, Mensch? Da will ich gucken. Geh mal hier hin. Ähm. Ähm. Geh mal hier hin. Und Bewegung möchte ich jetzt gerade mal ein bisschen ankurbeln. Noch ein bisschen. So. Hat sie aber geschafft. Aber das kann sie ruhig dann weitermachen. Oh, was bist du? Oh, was bist du so schnell gewesen? Zuschauen. Oh, ich hab aber noch Durst. Oh Mann, oh. Also der Sonnenwind. Ja, genau. Wartet mal. Hier, drink das mal. Und dann, ähm. Mach aber nochmal eine Plasma Chain. Und den trinkst du auch nochmal. Was ist mit Enrico eigentlich? Oh, Enrico, du hättest zur Arbeit gemusst. Seh ich gerade. Oh Gott. Ja, geh mal, bitte. Na dann, viel Spaß auf der Arbeit. Und ich geh mal zu Kevin, der irgendwie immer noch schläft. Okay. So, dann steh du auch mal auf, Kevin. Hatten wir unsere Hausaufgaben schon bei dir gemacht? Ja. So, dann zieh dich mal um. Widerlich sein und pupsen. Achso, nee, eigentlich, das ist ja die Manieren nach unten. Oh, Mist. Ich wollte ja eigentlich mit den Manieren nach oben gehen. Warte mal. Genau, das waren Manieren nach unten. Blöd. So, ähm. Dunkle Formen verstecken. Und, achso, ich wollte mal gucken, was können wir denn dir, ähm, ja, Outfit-mäßig was geben. Oh, bist du dreckig? Ja, wegen dem Rülpsen jetzt, oder was? Das war doch gerade eben noch nicht so. Oh. Geh mal hier rein. Hochgepokert und verloren, weil bei voller Blase gepupst. Ach nein, echt? Okay. Ähm, das ist peinlich. Kevin hat versucht, mit voller Blase zu pupsen. Tja, und da ist ein kleiner Unfall passiert. Eigentlich, ja, wir müssen doch gar nicht auf die Toilette gehen. Komisch, ne? Naja, gut. Er ist jetzt halt sehr beschämt. Und wir müssen irgendwann nochmal, ähm, naja. So, mit dir möchte ich, ich hoffe, du hast jetzt wirklich diesen Sonnendingsbums da. Güter, Angeln, Eisenhut. Schauen wir mal. Wo ist sie? Da kommt sie. Können wir das da hinten? Guck mal, das können wir später noch ernten vielleicht. Gut, dass wir da wieder was draus machen. Luisa, wie, wie schaut's bei dir aus? Hm, okay. Und du, Anka? Upsala. Sie hat irgendwie gerade Spaß, glaube ich. Mach die Hosen gerade voll. Windel benutzen. Kannst du schon alleine eigentlich aufs Töpfchen? Ach ja, guck doch. Kannst du? Ja, jetzt ist zu spät eigentlich, ne? Traurig, weil zurückgelassen. Kein Elternteil in der Nähe. Traurig. Was für, bist Engels gleich, gell? Ja. Ein neuer Fisch. Hast du das? Ah ja, hat er, super. Also in 5 Fähigkeiten Level 5 erreichen, Level 3 in 2 Karrieren erreichen. Oh, Lomish. Also müssen wir auf jeden Fall die Karriere beenden und irgendwas noch mit Level 5 machen. Gucken wir mal, die Gartenarbeit. Da können wir auf jeden Fall rangehen. Warte mal, das machen wir direkt. Alles ernten und weiterentwickeln, weiterentwickeln, bewässern. Da kannst du auf jeden Fall mal rangehen. Und dann gucken wir hier natürlich auch nochmal alles ernten und bewässern. Das hätte sowieso dran kommen müssen, von daher passt das schon. Und dann müssen wir uns mal einen neuen Job suchen. Weil das jetzt halt auch einfach dran ist. Wo machen wir das? Warte mal. Job suchen. Nehmen wir irgendwas anderes? Schauen wir einfach mal, was wir gerne machen wollen. Weiß ich noch nicht. Kevin, ich hoffe, dir geht es jetzt besser. Gucken wir mal, haben wir irgendwas? Oh mein. Bei ihm sieht es hier aber auch recht schlecht aus. Hier, guck mal. Mach mal das wie verrückt aufwischen. Vielleicht sind das ja dann gute Manieren. Dann das Ganze weglegen. Räumst du mal ein bisschen auf. Und eigentlich gut, hast du Durst. Mal gucken, ob jemand was hat. So, warte mal. Ich gebe dir mal zwei. Und dann kannst du zumindest die mal essen, glaube ich, ne? Das sollte dir ein bisschen was bringen. Ich glaube, so viel war das nicht, oder? Das war ja echt, echt minimal, ey. Kannst du nochmal die zweite? So, Luisa. Hallo. Du bist auch. Ähm, kannst du eigentlich schon? Warte mal. Guck mal, das müssen wir bei ihr ja sogar noch machen. Damit sie mal da ein bisschen mehr erfährt. So, die Mama. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was für Fische wir haben. Glas Augenbarsch und ein Vampirtintenfisch. Okay. Ja, neue, oah, neue Karrieren für unseren, äh, Fabri, Fabio. Oh, jetzt muss ich mal überlegen, was könnten wir ihm denn noch geben? Was wir gerne, also was er gerne macht. Geheimagent. Äh. Schriftsteller, Sportler, Technikur. Wir gehen mal auf Technik-Guru. Ja, soll er, oder darf er? Tudududu. Oje, er ist liebestoll übrigens. Guck mal, hier macht das mal gegen Käfer einsprühen. Alles Vampir-Geheimnis entdeckt. Verbrecherkarriere hat er nun verlassen und ist nun zu den Technik-Gurus gegangen. Und er muss nur Videospiele spielen, okay. Wann müssen wir denn jetzt arbeiten? Auch dort zum Dienstag. Was haben wir denn für ein Level? Eins. Okay, wir fangen ganz unten an. Naja, gut, das macht nichts. So. Äh. Gut, sie macht hier noch nach Information. Was ist jetzt freigeschaltet? Das Vampir-Buch. Gut, das haben wir ja schon. Das brauchen wir nicht nochmal. Da, das kannst du mal ein bisschen lesen. Oh Gott, sie ist traurig. Warum bist du traurig? Ich bin müde. Okay, dann sagen wir mal der Mama, dass sie mal kommen soll. Und Kleinkind in den Schlaf lesen. Komm mal zurück, Mama. So, und ich gucke nochmal ganz kurz. Also den Barsch haben wir und diesen Tintenfisch, glaube ich, auch. Da war er doch, oder? Vampir-Tintenfisch. Dann können wir nämlich... Ach, und da haben wir noch einen Goldfisch. Den müssten wir auch haben. Genau, so. Plasma-Beutel herstellen. Plasma-Beutel herstellen. Und daraus auch nochmal. So. Weil du bist ziemlich hungrig und er auch. Und dann kippt die Mama euch jeweils ein. Und einen hat sie für sich noch. Ei, ei, ei. So. Also einmal sie. Und einmal der Kevin. Ich bin kokett. Warum bin ich kokett? So, Kevin. Sei mal froh, dass du da draußen bist. Guck mal, das räum mal auf. Und dann trink mal das. Und eigentlich wollten wir ja hier mal endlich weitermachen, ne? So. Ähm. Charlotte Jakob ruft an. An die Klippen. Oh. Party an den Klippen. Da könnte ich jemanden... Weißen. Harre, harre. So, mitten in der Nacht können wir das ja sogar annehmen. Okay, komm, wir gehen. Und ich nehme meine Schwester, die Luisa, mit. Ähm. Ja. Ich hoffe mal, der kleine Anker wird jetzt betreut von der Mama. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Aber ich hoffe... Oh nein, es ist noch Tag. Ich hoffe, es geht. Okay. Ich denke schon. Aber er scheint aber auch... Ach, das ist Ewald Nachtschatten. Respekt sein. Glaub aufmachen, dass es riesige Hühner gibt. Der ist ja schon ein bisschen gemein, ne? Luisa verbodene Wörter, Audi. Oh, guck mal. Hier. Freundlich vorstellen. Und die Luisa. Befördert. Ernsthafter Musiker. Yay. Die haben Kohle gekriegt. Oh. Oh. Okay. Sie ist irgendwie Jade. Irgendjemand hat Jade schon... Die brauchen wir gar nicht mehr beißen. Und den hier... Warte mal. Genau, du kannst dich mal ihm vorstellen. Edward Nachtschatten. Ich habe den auch aus der Galerie geholt. Der ist unser Nachbar mittlerweile. Von Ideen erzählen und vorgeben, Taft zu sein und Vampirwitz machen. So, du bist... Also, dir ist eigentlich unwohl. Du kannst das mal trinken hier. Und dann schauen wir mal ganz kurz... Wo sind denn die anderen jetzt hin? Warte mal. Hier kannst du noch graben. Das nehmen wir mal direkt mal mit heute. Und, ähm... Ich glaube, das sind schon alles. Ah, nee. Sie glaube ich noch nicht. Ich gucke mal ganz kurz. Ja, ja, genau. Äh, wir können uns hier mal freundlich vorstellen. Ihn kennen wir schon. Ihn kennen wir auch schon. Die anderen müssten wir... Ah, nee. Hier ist sie. Sie kennen wir auch noch nicht. Das ist zumindest Manieren, ne? So, und dann... ...können wir mal einfach zusammen tanzen. Oh, Luisa kommt schon. Was ist mit dir los? Vertriebsliches Gespräch. Wie er sich bewegt, so gut wie gar nicht, ja? So, komm, tanz mal. Noch ein bisschen unbeholfen, alle beide. Sie kann, denke ich mal, jetzt gleich nicht mehr anders und packt sich ihn jetzt einfach mal. Ja, sie ist sowieso wütend, von daher... ...gewinnen. Ja, dann nimm du sie mal. Oh, was ist los mit dem... Also, wir freuen uns mal mit ihm. Wir lernen ihn mal kennen. Kevin... Kevin... ...Grad von Fong ist jetzt Obervampir. Er wird jede Nacht stärker. Er lernen neue... Ähnlich ist das hier gerade sehr laut in meinem Kopfhörer. Ähm... Er lernen neue... Oh, wir haben drei Kraftpunkte. Sehr schön. Juhu. Wir müssen aber auch eine Schwäche noch annehmen. Befehligen. Kontrolliere die Gedanken anderer Sims. Ähm... Ähm... Vampirerschaffung. Hier, da gehe ich nochmal rein. Das ist dann voll jetzt vampirische Faszination und wir müssen irgendeine Schwäche annehmen. Schuldgefühle, vertrockneter Magen, dünnhäutig, unruhiger Schlaf. Das würde ich jetzt nicht machen. Ähm... Ja, gut. Wir machen mal den unruhigen Schlaf. Übrigens, Luisa darf sich auch was aussuchen. Sie ist ja für mich die typische Vampirin irgendwie. So, das machst du mal. Äh... Ja. Mehr geht noch nicht. Oh, was ist das? Gelangweilt? Monotonie-Mix. Ja, den Typen da. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So, komm. Nimm mal. Du bist nämlich noch nicht ganz satt. Ihn kann ich jetzt nicht nochmal anbringen. Genau. Aber... Halluzination verursachen. So. Oh, mein Gott. Die beiden leben gerade mal ihre Vampir-Fähigkeiten aus. So, achso. Ach, kann ich gar nichts anderes machen? Mit ihm? Ne, ich kann nur Plasma trinken. Er hat noch keine weiteren Fähigkeiten. Blah, 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 blah. So, ich warte jetzt gerade, bis er fertig ist und dann gehen wir nach Hause. Achso, das geht gar nicht. Doch. Ich mach mal die Party zu Ende. So, wir gehen wieder nach Hause. Und ich hab hier gerade nochmal dieses, wegen diesem ehrenamtlichen Dingsbums da. Das wollte ich ja sowieso mal ausprobieren. Äh, wo wohnen wir denn? Natürlich in Forgotten Hollow. Und hier ist unser Zuhause. Ähm. Ja, das probier ich gerade nochmal aus. Das hab ich nämlich noch gar nicht ausprobiert. Dieses mit dem ehrenamtlich. Ob das wohl die Manieren erhöht? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder irgendwas anderes beeinflusst. Ich glaube, das wird Kevin einfach mal machen dürfen. So, Kevin ehrenamtlich tätig werden. Lasse bis zu acht deiner Haushaltsmitglieder eine ehrenamtliche Tätigkeit durchführen. Ah, okay. Saskia darf auch noch. Und ich denke mal, ich würde es eher Fabio sagen. Oh. Was haben wir denn da? Freiwilligenarbeit bei einem Kuchenverkauf für einen guten Zweck. Freiwilligenarbeit bei der Strandreinigung oder im Altersheim in einer Suppenküche oder wandern, um gegen Krankheit anzukämpfen. Ah, okay. Okay. Ich würde jetzt einfach mal die Suppenküche nehmen. Und bin einfach mal gespannt. Er geht nämlich jetzt auch direkt. Ah, die gehen auch alle dann direkt dorthin. Gut, er hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Er muss nämlich mal aufs Klo. Egal. So. Oh. Genau, Papa. Kümmere dich mal um unser Mädchen. Warte mal. Alles gerade ein bisschen buggy. Aufgenommen. So, ich glaube aber an dieser Stelle, mein Gott, wir sind schon wieder fortgeschritten. An dieser Stelle sage ich erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oh nein. Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Eure. Saki Night Out. Ciao, ciao.